Hallo und herzlich willkommen bei BrainFunTV. Wir erzählen dir dreimal pro Woche die unglaublichsten Geschichten über Tiere, Menschen und andere interessante Themen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Drei Tage fehlte von dieser Katze in Thailand jede Spur. Ihre Besitzer dachten zuerst, dass ihr Liebling wieder zu jemanden in der Nachbarschaft gegangen ist. Als die Nachbarn aber sagten, dass sie den Stubentiger nicht gesehen haben, begannen sich die Besitzer Sorgen zu machen. Nach den drei Tagen kam der mollige Kater nicht nur mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck nach Hause, nein, er brachte auch ein neues Halsband mit einer Nachricht mit. Die kurze Botschaft in thailändischer Schrift lautet wie folgt. Ihre Katze hat immer wieder die Makrelen an meinem Stand beobachtet. Also habe ich ihr drei gegeben. Die tierliebe Standbesitzerin, die die Fellnase mit Fischen versorgte, unterschrieb die Nachricht mit Tante May in der Gasse Nummer 2 und schrieb außerdem ihre Telefonnummer dazu. Natürlich machte die Besitzerin sowohl vom Heimkehrer wie auch von dem Schuldschein sofort Fotos und postete diese auf Facebook mit der Überschrift Drei Tage vermisst mit Schulden zurückgekehrt, wo der Post binnen weniger Stunden viral ging. Am Ende durften sich die Besitzer über die Heimkehr ihres Haustiers freuen. Ob die Fische bezahlt wurden, ist leider nicht bekannt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreibe es uns in die Kommentare, lass ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Damit war es das wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wünschen dir nur das Beste und freuen uns, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.